Bäume sind ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Ohne Bäume wären unsere Städte kalt und leer. Wir können Bäume auch an schwierigen Standorten langfristig vital erhalten. Wir sind Baumpfleger mit ganzem Herzen und mit Verstand. Bei dem, was wir tun, setzen wir auf ausgefeilte Technik. Die Seilklettertechnik ist eines unserer Spezialgebiete. Wir wenden diese Technik bei Bäumen an, die für Hubsteiger oder Kräne nicht erreichbar sind. Zu solchen Standorten zählen zum Beispiel Hinterhöfe, Gärten oder Friedhöfe. Ein guter Baumkletterer muss vor allem schwindelfrei und höhentauglich sein. Körperliche Fitness ist für den Beruf unbedingt wichtig. Die Eignung wird alle zwei Jahre bei einer arbeitsmedizinischen Untersuchung überprüft. Erstes Ziel für uns als Baumpfleger ist immer der Erhalt eines Baumes. Es gibt aber auch Bäume, wo wir ganz klar zur Fällung raten. Meist aus sicherheitstechnischen Gründen, wenn die Verkehrssicherheit nicht mehr garantiert werden kann. Die moderne Baumpflege kennt aber eine Menge Möglichkeiten, Bäume, auch stark geschwächte Bäume an schwierigen Standorten zu erhalten. Meistens sind diese Maßnahmen gar nicht so aufwendig, wie man denkt. Baumpflege Maurer ist für Maßnahmen jeder Größe ausgerüstet. Wenn es der Standort erlaubt, setzen wir Hubarbeitsbühnen oder auch schwere Autokräne ein. Aber auch hier gilt Safety First. Ein wichtiges Feld in der Baumpflege ist die Beseitigung von Totholz. Wenn das nicht geschieht, können brüchige Äste zu Boden stürzen und dabei Menschen verletzen oder Gegenstände beschädigen. Die Handsäge ist unser Standardwerkzeug. Wir können damit sauber und gezielt schneiden, sodass kein gesundes Holz beschädigt wird. Beratung, Baumkontrolle, Baumbegutachtung und komplexe Fällungen, all das zählt zu unserem Leistungsspektrum. Unser Häcksler verarbeitet Äste bis zu einer Stärke von 15 Zentimetern. Die Maschine reduziert das Volumen der Äste auf ein Sechzehntel. Dadurch können wir große Mengen Häckslgut effizient abfahren und entsorgen. Wenn Sie mehr über uns erfahren wollen, besuchen Sie unsere Homepage www.baumpflege-maura.de und zum nächsten Mal.